So, hallo und einen wunderschönen Tag. Willkommen zurück zu Far Cry 3. Heute, äh, oder was heißt folgender Plan? Das ist nur eine kurze Aufnahme-Session. Obwohl, könnte ich doch eine lange draus machen. Und zwar... Ja, mal sehen. Ist, ähm, das auch... Ich sag mal... Ich hab mir das mal so überlegt. Ich hab euch ja gebeten, mir in die Kommis zu schreiben, ob ihr so eine schnelle Folge wollt oder nicht. Und ich hab mir das überlegt, ist doch egal. Die Leute sehen's ja irgendwie so oder so. Und deshalb werde ich... Ähm, nach und nach... Das hier erstmal alles abarbeiten. Und dann wird's erst wieder hier unten mit der Story weitergehen. Also, wird noch ein wenig dauern. So, hab ich auch was zum Let's Playen und ein bisschen was zum Strecken, weil ich kann nicht unbedingt weitermachen. Weil ich nämlich im Moment überhaupt keine Zeit habe oder kaum Zeit habe zum Hochladen. Also wirklich kaum. Ähm, also ich bin froh, dass ich das gerade so rauskriege. Im Moment ist ja auch Forza pausiert, da die Xbox 360 in der Werkstatt ist. Die ist kaputt. Gibt ein Festplattenfehler. Ich hoffe, Microsoft kann die Daten noch retten. Sonst werde ich Forza auf alle Fälle auch frühzeitiger beenden, weil das Spielprinzip ist im Prinzip klar. Und es ist immer dasselbe Spiele-Prinzip. Das werde ich... Naja... Nicht unbedingt wirklich lange herauszögern. Ein bisschen werde ich es noch spielen. Weil es kommt ja... Kommt ja jetzt bald Watch Dogs. Das würde ich ganz gerne machen. Beziehungsweise mit euch spielen. Und... Was war das? Das habt ihr auch gesehen, oder? Was war das? Haben die sich hier selber in die Luft gesprengt? Tiger! Doch nicht. Ein Schwein. Tag. Also wie gesagt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Scheiße. Ja, keine Ahnung. Was gibt es jetzt im Moment so was noch so... Da ist. Fast Watch Dogs halt, ne? Zu Killzone werde ich... Ich werde so eine Art Review über Killzone machen. Oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Stehen so viele Pläne im Moment an. Fahre ich überhaupt richtig? Nein. Ich fahre falsch. Scheiße. Ich bin total in die falsche Richtung gefahren. Man sollte sich den Shit markieren, ne? Woher ist das jetzt keine dumme Idee? Doch, da ist eine dumme Idee. Da ist Wasser. Ich mach's mir einfach. Einfach. Hallo? Verarschen? Danke. Ich weiß gar nicht. Es gibt im Moment so viele Spiele, die man spielen kann. Aber auch irgendwie nicht. Weil das Problem ist, ich bin im Moment knapp bei Kasse. Und kann mir jetzt so nicht die Superspiele leisten. Was mich mal sehr interessieren würde, äh... Würde... Ob ihr Lust auf Far Cry... Far Cry... Crysis 3 habt. Das würde mich mal interessieren. Mein Rechner sollte das eigentlich schaffen. Wisst ihr nicht, wieso? Das komische ist, ich hab letztens mir ein Spiel geholt. Finde ich, das finde ich total witzig. Hat nur 10 Euro oder so gekostet. Heißt Evoland. Und dieses Spiel zeigt, sag ich mal, die Entwicklung... Die Entwicklung der Spiele, also damals von den ersten 2D-Grafiken bis zu den hochauflösenden HD-Texturen heute. Holt euch das mal dringend. Das Spiel hat einfach so einen geilen Humor. Ich find das richtig süß. Dann spielt man einfach so wie ein Mario, so ne kleine Figur. Rennt durch die Welt und muss Schatztruhen suchen. Und diese schalten dann spezielle... Und diese schalten dann spezielle Sachen frei, wie HD-Texturen oder sowas. Finde ich richtig geil. So. Jetzt wieder ein bisschen Konzentration. Nein, du hast nichts gesehen. Da haben wir zwei Hunde. Was schätze, sind das 80 Meter? Nein. Jetzt weiß ich nicht, war das zu viel oder zu wenig? Ich nehme mal 50. Ich zitter wollte, so was ist denn los? Jawoll. Genau 50 Meter. Ich könnte jetzt ruhig aber auch brachial vorgehen. Die markiere ich uns auch noch. Habe ich ein Ketten-Takedown freigeschaltet? So ein Vollidiot. Ich weiß nicht, soll ich jetzt brachial vorgehen oder nicht? Weil das blöd ist, wir haben da viermal diese Blitze und die mag ich überhaupt nicht. Mit Pfeil. Der wird auch so um die 50 Meter weg sein. Kuh, Kuh. Oh. Mann! Fängt immer so gut an. Alarm ist aus und dann verkacke ich. Ich hasse es. Ich hasse... Oh, Mann. Leck mich doch immer nicht... Da war es eben Tag. Also, jetzt wissen wir jedenfalls 50 Meter. Ganz ruhig. So. Erstmal wieder alle markieren. Die Waurwos. Er hier. Das waren aber mehr. Hm? Das war Facebook. Tut mir leid. Das war Facebook. Tut mir leid. Ah, Kugel im Amt, Kugel im Amt. Ah, Mann. Scheiße. Ah! Hier brennt schon alles. Das gibt's nicht. Ach, Mann. Was ist denn los heute? So schlecht. Hm. 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 Gott ist das Heizy. so die mitte ihren scheiß warum stirbt er so schnell eigentlich das ist doch mobbing auf höchstem niveau was soll das ich gehe mal andersrum obwohl das eigentlich eine scheiß idee jedenfalls funktioniert das von hier nicht mit ihren scheiß mollys die gehen mir so auf die eier die sind so überhaupt nicht das was man braucht ich sollte er versuchen den alarm erst auszumachen und dann von hier nochmal anzugreifen das wäre glaube ich doch ein bisschen besser so bringt nichts wieso sieht er mich die hat seine eigene menne abgeworfen na klar wir sind in einer halben minute da so 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 drecks köter noch jemand ja immerhin ein nahkampf gott ey was ne geburt gott so'n scheiß mhm bitte ist ja schlimm ey da so medikits kiste ich würde mal sagen wir gucken mal an diesem brett hier auf der map ist ja so ein toten kopf was das ist ein pirat hat sich mit seiner gang auf einem hügel verschanzt töte ihn mit einem messer ok gesucht alles schweine ohja da oben ist ja schon ist ja gar nicht so weit weg so und den soll ich also mit einem messer töten gut das heißt takedown hoffentlich kann man den takedown von oben machen das wäre hammer ja es geht nicht weg ja 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 gut passt nie ne sind das mehrere Was ist das? also schleichen in den Schulten beziehungsweise in so 3D-Games weißt du finde ich extrem schwer Kopfschuss Klappt ja super Das ist so schlecht heute einfach du es ist nur so schlecht Ey das ist das schlechteste Gameplay was ich hier hingelegt habe was ist denn los heute ahhh Ah. Na auf, geh doch hin. Der geht nicht hin. Ich bin gerade so konzentriert. Das muss doch jetzt endlich mal funktionieren. Ich bin gerade so konzentriert. 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 Ich warte jetzt nochmal, bis der sich umgedreht hat. Aber ich mache jetzt mal einen Folgenschluss und wir sehen uns dann in der nächsten Folgen. Ich hoffe, dass ich dann das Gameplay aufwerten kann, weil es einfach nur noch... Scheiße, tut mir echt leid.